Vorsicht, ein Trend geht um. Spotted-Plattformen tauchen in jeder halbwegs großen deutschen Stadt auf. Vor allem an Universitäten und Unibibliotheken erfreuen sich Spotted-Seiten bei Facebook derzeit großer Beliebtheit. Netz-User können ihre Gesuche posten, wenn sie zum Beispiel zu schüchtern waren, jemand anzusprechen. Das Gesuch erscheint dann öffentlich auf der Seite. Wenn es der Schwarm sieht und sich angesprochen fühlt, kann er sich melden. An sich ist das Spotted-Prinzip vielleicht etwas weniger creepy, als Leute bei Facebook zu stalken oder heimlich Telefonnummerzettel auf Tische zu legen. Aber manche Gesuche gefallen wohl nicht jeder gesuchten Person. Nichtsdestotrotz finden viele Menschen heutzutage ihre große Liebe auch über das Internet. Also warum nicht probieren und auch mal jemanden spotten? Das dachten sich auch die Macher von Spotted.de, die jetzt mit eigener Plattform an den Start gehen. Wir als Pop10 Premium Nerds haben uns natürlich schon einen Eindruck verschafft.